Ständiges Öffnen und Schließen der Seiten und Hecktüren gehören für den Paketzusteller zum Arbeitsalltag. Ihm diesen so angenehm wie möglich zu machen, dafür sorgt das robuste elektrische Verschlusssystem im KRONE Cap Shuttle. Durch kurzes Betätigen des Buzzards lassen sich Seiten und Hecktür schnell öffnen. Zur Paketsicherung verriegeln sich die Türen nach jedem Schließen automatisch. Zudem verfügt die Hecktür über diebstahlsichere Scharniere. Mit einem Funkschlüsselschalter lassen sich alle Türen von außen unkompliziert und einfach entriegeln. Gerade in der Stadt liegen die Adressen der Empfänger oft nah beieinander, sodass über 100 Zustellungen pro Tag für die Fahrer keine Seltenheit sind. Neben der Buzzertechnik lassen sich die Türen im Notfall auch mechanisch öffnen. Das elektrische Verschlusssystem im KRONE Cap Shuttle bietet dem Fahrer einen angenehmen Arbeitsplatz und sorgt dafür, dass Ihre Pakete auf dem Weg zu Ihnen jederzeit bestens aufgehoben sind.